Er war so ein Narr. Nein, es gab nur einen Weg für ihn. Aus weiter Ferne drangen erneut Stimmen und Geräusche an sein Ohr. Sie mussten im Keller sein. Sicher gab es dort einen Ausgang, eine Möglichkeit, das Haus Seefall zu verlassen, denn schließlich mussten sie ihre Ware ja irgendwie loswerden, nicht wahr? Ja, sie musste abgeholt werden. Verkauft und abgeholt, nicht wahr? Pech. Kaan schlich die Treppe hinab nach unten, wobei er versuchte, die Stufen nicht zum Knachen zu bringen. Er schaffte es gerade ebenso, obwohl der Schwindel ihn mehr als einmal zu übermannen drohte und er sich mit seinen schwitzenden Händen, so gut es der Schmerz in seinen gequälten Fingern zuließ, an dem abgegriffenen Holzgeländer entlang hangelte. Vor ihm lag der verwaiste Schankraum, der immer noch von einigen waldranen Lampen an den Wänden und auf den Tischen erhellt wurde, obwohl es bereits grünlich durch die Scheiben dämmerte. Binduks angestammter Platz am Dresen war ebenfalls leer. Kaan machte einen spontanen, aber vorsichtigen Schritt auf die Tür zu, wollte das Schloss noch einmal überprüfen, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht ganz eingerastet war, rief sich aber gleich wieder zur Vernunft. Er wusste, dass dieser Impuls einer verzweifelten Hoffnung entsprang, die nichts mit der Realität gemein hatte. Wieder ließ er seinen Blick über den Schankraum gleiten, blieb dabei immer wieder an den Waldran-Lampen hängen. Eine Ablenkung. Ein Feuer. Sollte er Feuer legen? Bei der Tür vielleicht? Vielleicht eine der Lampen werfen und sich in einem der Separees verbergen und, während Binduk und seine Töchter mit dem Löschen beschäftigt waren, durch den Keller entkommen? Er schleppte sich auf einen der Tische zu. Nur wenige Zentimeter trennten seine geschundene Hand von dem Metallrahmen der Lampe, die sich darauf befand. Die Wärme tat merkwürdig gut. Wieder drohte der schmerzgeborene Schwindel, ihn zu übermannen. Er stützte sich auf der Tischplatte ab, senkte den Kopf und kämpfte gegen die bleiende Erschöpfung an. Atmen. Nicht nachgeben. Einfach nur stehen bleiben und atmen. Als er den Kopf wieder hob, standen sie um ihn herum. Erschrocken wollte er nach der Lampe greifen, aber Binduk nagelte sein Handgelenk mit einem eisernen Griff auf der Tischplatte fest. Kaan schrie, als seine gebrochenen Finger gegen das Holz schlugen. Er lebt noch. Erstaunlich, hörte er die Stimme der Hellen rechts neben sich. Ja, und schau, was er Hübsches anhat. Mit diesen Worten riss die Dunkle ihm das Laken von den Hüften und der dabei entstehende Schmerz in seinen geschwollenen Hoden ließ seine Beine nachgeben. Schreien konnte er nicht mehr. Durch einen Nebel aus Pein nahm er wahr, dass sie ihn, seine Arme um die Schultern der Frau gelegt, die Kellertreppe hinunterschleppten. Binduk ging voran. Er sah Regale mit Flaschen und Krügen, eine Vielzahl von Fässern verschiedener Größe. Säcke mit Mehl, Kisten mit Potaten und Kohl, zwei Rinderhälften, die an Ketten mit Haken von der gemauerten Decke hingen. Alle paar Meter waren Fackeln in Wandhalterungen angebracht. Bald bestimmten allerdings nicht mehr die Vorräte, die zum Betrieb eines Gasthauses hier gelagert wurden, das Bild des Gewölbes. Hinter dem letzten Regal, in dem sich, soweit Kaan durch die Nebelschwaden in seinem Kopf erkennen konnte, verschiedene Gewürze in großen Säcken befanden, schlossen sich einige Tische an, auf denen offenbar die Besitztümer und Kleidungsstücke der armseligen Kreaturen aufgehäuft wurden, die seinen Peinigern ins Netz gegangen waren. Sie passierten einen Tisch und Kaan sah etwas Blitzen. Sein Entermesser. Er wollte sich den Griff der Frau entwinden, aber die Dunkle hatte seinen Impuls sofort gespürt und verdrehte ihm mit einer Bewegung, in der so viel Kraft lag, dass Kaan den Knochen knirschen hörte, die gesunde Hand. Die Helle zu seiner Linken kicherte leise, als er nun doch wieder schreien konnte. Schnell hatte die Gruppe auch die Tische hinter sich gelassen, und der Raum verjüngte sich zu einem langen, tunnelartigen Gang. Binduk trug jetzt eine Fackel vor ihnen her. Kaan konnte nicht mehr sagen, wie viele Schritte sie taten, bis sie das Ende erreichten und vor einer schweren Eisentür Halt machen mussten. Aber es waren viele. Binduk hämmerte gegen das Metall der Tür. Herr Jig, mach auf, wir haben noch einen. Es vergingen einige Momente, in denen Kaan die Pein, die das lange nachhallende Klopfen in seinem Schädel verursachte, erfolglos zu überwinden versuchte. Dann wurde die Tür von der anderen Seite aus entriegelt. Helles Licht fiel in den Gang und blendete ihn. Beinahe gleichzeitig stießen ihn die Frauen mit unglaublicher Kraft voran durch die Tür hindurch. Er fiel, riss sich, als sein Schädel aufschlug, mit den spitzen Splittern seiner eigenen Schneidezeine die Zunge auf und rollte wimmernd mehrere Meter über den Boden. Als sich seine Augen an die Helligkeit gewöhnt hatten, die von einer Vielzahl von teuren Ewigfeuern herrührte, erkannte er, dass sie um ihn herumstanden und debattierten. Er erkannte den dicken Alchemisten.